Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Gestern habe ich euch ja gezeigt, was man alles Tolles für Bildbearbeitung mit IC Lite machen könnte. Und heute zeige ich euch mal ein paar Beispiele für Videogenerierung. Und auch da habe ich vier Stück vorbereitet. Zur Installation der Notes habe ich gestern was gesagt, in dem anderen Video schaut ihr auch gerne mal rein. Deswegen werden wir das jetzt überspringen. Wir brauchen auch wieder die IC Lite Nodes von KeyJ und die KeyJ Nodes. So wie links und rechts noch ein paar andere. Die sind aber alle unten verlinkt. So, dann starten wir mal. Als allererstes brauchen wir einen Checkpoint. Hier nehme ich Photon wieder. So, den platzieren wir uns mal hier rüber. Dann brauchen wir natürlich ein Positive und ein Negative Prompt. Da ich schon weiß, was kommt, gebe ich schon mal ein bisschen was ein. Und zwar sagen wir Woman, Hazy Light und Flashlight. So. Als nächstes brauchen wir einen Sampler. Und hier nehmen wir allerdings nicht einen Standard-K-Sampler, sondern wir nehmen aus dem Sampling-Bereich Custom Sampling, einen Sampler Custom. Den können wir uns schon mal ein bisschen verbinden und einstellen. Positive und Negative verbinden. Obwohl, das müssen wir gleich nochmal ändern. Aber für jetzt. Noise Seed lassen wir null. Wir setzen den auf Fixed. Und die CFG müssen wir für IC Lite etwas runterdrehen. So, wir können uns schon mal die IC Lite Loader Note dazu packen. Wir nehmen das Model für den Foreground. Auch das habe ich ein wenig erklärt im vorherigen Video. Schleifen das schon mal durch. So. Als Sampler können wir uns einfach ein... Na komm schon. So. Case Sampler Select. Und hier einen Sampler unserer Wahl auswählen. Als Siegmaß. Da wird es ein bisschen besonders. Und zwar brauchen wir hier einen Align Your Steps Scheduler. Wir stellen die Steps mal auf 15. Und das können wir auch hier hochschieben. So. Und als Latent Input hier. Da kommen wir später zu. Gut. Output. Hier hinten können wir mit Sicherheit schon mal ein VAE Decode reinsetzen. Wir nehmen die VAE. Und ich ziehe mir hier unten schon mal eine Reroot hin. Und daraus können wir hier oben reingehen. So. Und wir brauchen natürlich noch das Icy Light Conditioning, was wir uns hier zwischen hängen. Deswegen meinte ich eben, wir müssen das nochmal umhängen, weil wir das natürlich hier durchschleifen müssen. Also Positive und Negative da durchschleifen. Empty Latent lassen wir noch. Auch hier brauchen wir eine VAE. Die können wir uns auch von hier unten reinziehen. Und wir werden schon eine VAE Endcode für den Foreground brauchen. Die können wir hier schon mal connecten. Und auch hier die VAE. Dann sind wir glaube ich soweit startbereit. Den Output werde ich gleich noch anpassen. Als allererstes zeige ich euch das Path Lighting. Und zwar brauchen wir dafür aus den KJ Nodes den Spline Editor. Das ist eine ganz feine Sache eigentlich. Der sieht so aus. Wir können hier unten New Spline klicken und dann kriegen wir eine grafische Darstellung über Zeit oder über Path. Den Path müssen wir hier oben unter Sampling Method einstellen. Path. Und damit können wir uns dann einen Pfad bauen für unsere Animation. So machen wir das Ganze mal irgendwie. Können wir das so. Ich baue mal irgendwie schludrig was hin. So. Ne den bitte weg. So. Gehen wir einfach mal mit diesem Ions Rennen hier. So. Noch ein bisschen schöner. So. Hier raus können wir uns die Coordinate Strings oder die Koordinaten Strings rausziehen. Und damit gehen wir in ein Create Shape Mask on Path. Und die KJ Nodes geben uns auch direkt eine Preview Animation Node mit dazu. Die können wir uns mal verbinden. Wir lassen die mal auf 8 FPS. Hier setze ich aber die Points to Sample schon mal auf 32 hoch. So. Das Ganze macht jetzt folgendes. Es läuft einmal und wir sehen, wir kriegen eine animierte Maske, die einmal so durchs Bild fliegt. Um die ein bisschen zu bearbeiten, können wir jetzt auch aus den KJ Nodes Grow Mask with Blur noch dahinter hängen. Und bevor ich hier reingehe, mache ich mir hier auch schon mal eine Reroot hin, weil das wird ein bisschen Verbinderei später. Wir gehen jetzt einmal hier runter und gehen dann hier hoch. Und ich hätte gerne einen Blur Radius von 50. Und gleichzeitig auch hier oben unsere Maske ein bisschen größer. Das heißt 256 mal 256 als Circle. Wenn wir das Ganze einmal laufen lassen, dann sehen wir, dass wir jetzt eine schön große Maske gekriegt haben, die weich gezeichnet ist und sich durchs Bild bewegt. So. Und diese Maske müssen wir jetzt noch hier oben in unser Latent Input reinkriegen. Das heißt, wir machen einmal Mask to Image. So. Deswegen habe ich die Reroot hier gemacht, weil dann kann man unten bequem an einer Stelle nur noch verbinden. Und wir brauchen eine neue VAE-Encode, wo unser Bild reingeht. Wir müssen die VAE verbinden und das Latent hier rüber. Hier oben können wir direkt schon mal aus den Video Suites Video Combine heißt das Ganze. So. Die Framerate setze ich hier mal auf 16. Ich sage, ich möchte ein Video haben. Ne, nicht 265, sondern 264. So. Und Save Output mache ich mal auf True. Wir verbinden das Ganze. Und fast sind wir startbereit. Wir müssen nämlich noch Animate Div mit einbauen. Und zwar brauchen wir aus der Animate Div Suite das Use Evolve Sampling. Auch hier müssen wir einmal unser Model dann noch weiter durchschleusen. So. Und als Context Options nehmen wir die Batched Context Options. Da müssen wir nichts dran anstellen. Das funktioniert so. Und das Ganze gucken wir uns jetzt einmal an. Wenn ich denn hier unten... Äh. Natürlich brauchen wir ein Eingangsbild. Äh. So. So. Wir nehmen wieder unsere blonde Frau. Machen wir uns ein bisschen Platz hier. Das müssen wir auch noch ein bisschen vorbereiten. Und zwar möchte ich das einmal skalieren. So. Und zwar auf eine Höhe von 512. Danach werden wir direkt Remove Background anwenden. Aus den Essentials. Als Remove Background Session nehmen wir Human Segmentation. So. Wir nehmen aus den IC Light Notes den Background Scaler noch dazu. Verbinden das alles. Auf die Maske können wir direkt einen Mask Blur anwenden. Von... In meinem Fall nehme ich mal 20 Pixel. Und das können wir jetzt als unseren Foreground eingeben. Model hatte ich richtig gewählt. Oder... Ja, FC. So. Jetzt müsste das Ganze starten. Und da haben wir unser Video kombiniert. Als allererster stört mich das hier. Das ist überlappend. Das möchte ich nicht. So. Es sieht nicht schön aus. Das stimmt. Einerseits ist es sehr ruckelig. Andererseits fehlt dem ganzen Konsistenz im Hintergrund. Und die Ruckeligkeit kriegen wir weg, wenn wir eine Interpolation dazwischen hängen. Kommt aus den Confioi Frame Interpolations, wie ihr hier oben seht. Ich nehme mal Rife 49 mit einem Multiplier von 2. Das heißt, wir kriegen die doppelte Anzahl an Bildern. Und dann sieht das Ganze schon wesentlich smoother aus. Das Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass wir natürlich ja mehr oder weniger mit Random Seeds unterwegs sind. Das heißt, unser Batch an Masken, den wir hier reinschicken, der verhält sich noch ziemlich random. Und um das zu umgehen, können wir ein Latent Batch Seed Behavior dazwischen packen mit dem Wert Fixed. Das heißt, wir verbinden das einmal so und so und lassen das Ganze nochmal laufen. Und jetzt haben wir schon einen wesentlich konstanteren Fluss an aneinandergereihten Bildern, aka Video. Das Ganze ist natürlich noch extrem dunkel. Auch da können wir aus den KJ-Notes noch eine Note hinzuziehen. Und zwar nennt sich diese Note Remap Mask Range. Und die verbinden wir mal hier unten in unsere Mask-Kette rein. Damit können wir angeben, dass die niedrigsten Bereiche, also die schwarzen Bereiche, heller werden oder die hellen Bereiche dunkler. Das heißt, wenn wir hier mal den Wert auf 0,2 oder so erhöhen, dann sehen wir hier oben schon, wie sich unsere Maske anpasst. Der schwarze Hintergrund ist durch einen grauen Hintergrund verschwunden. Und wir warten jetzt nochmal das Sampling ab und das sollte sich dann auch deutlich in der Bildgenerierung widerspiegeln. So. Jetzt sehen wir schon, die dunklen Bereiche sind etwas heller geworden und wir haben mehr Licht insgesamt im Bild. So kann man da ganz gute Animationen mit erzeugen. Wir können nochmal mit einem anderen Prompt ausprobieren. Oder nee, wir gehen direkt in das zweite Beispiel rein. Und das zweite Beispiel ist die Light Source Mask. Die haben wir schon im anderen Video gesehen, im Vorgängervideo hierzu. Die können wir hier auch verwenden. Ich zeige euch das mal. Ich lösche hier unten mal wieder alles. Und wir nehmen mal eine Load Video Note dazu. Load Video Upload Path. Kommt aus der Comfy UI Video Helper Suite. Genau wie die Video Combine am Ende. Und hier nehme ich mal den Fireplace. So, wir machen uns ein bisschen Platz. Was wir jetzt nämlich noch brauchen, ist wieder eine Rescale Note. Wir wollen nämlich unser Video auf dieselbe Höhe wie unser Bild skalieren. Und das können wir machen, indem wir einmal das Scale To auslagern, dann unsere Höhe von hier oben rausnehmen und auch hier Höhe eingeben. Und dahinter werden wir eine Crop Note hängen, Crop Plus, damit wir unser Bild auch oder unser Video auf die entsprechende Größe unseres Eingangsbildes skalieren können. Das heißt, wir müssen hier einmal Width und Hate auslagern. So, nehmen auch von hier oben die Width und die Hate runter. Und sagen in dem Fall, wir wollen Center haben. Und jetzt kommt unsere Light Source Mask ins Spiel. So, und das Ganze können wir jetzt mal hier hinten dranhängen. Ich mache mal eben die Output Note aus, damit der Sampler nicht angeht. Ich hänge das jetzt an unsere Preview Animation und dann schauen wir das Ganze mal an. Das sieht dann so aus. Er hat jetzt natürlich anfangs hier alle Frames genommen, die in dem Video drin waren. Deswegen setze ich dem Ganzen mal ein Frame Cap. Und zwar sage ich mal, ich möchte nur 32 Bilder aus dem Video haben. Also die ersten 32 Bilder. Wir sehen aber schon, wie diese Map funktioniert. Also diese Note hier. Wir ändern oben mal den Prompt eben auf Lit by Fireplace. Wir haben es hier oben in unser Convert Mask to Image. Dann das VAE-Endcode für die Lichtquelle. Latent Seed Behavior Fixed bleibt drin. Und wir schalten die Note hier hinten an. Und ich stelle nochmal Ping Pong ein. Und ich lasse das Ganze jetzt nochmal laufen. So, das ist jetzt die zweite Variante, wie wir Lichtquellen aus einem Bild oder aus einem Video rausziehen können. Die Konsistenz im Hintergrund leidet halt ein bisschen. Das ist so. Allerdings, die Beleuchtung an sich wird immer recht schön. Und auch hier könnten wir wieder hingehen und sagen, wir wollen ein Remap Mask Range noch dahinter hängen. Und sagen wir mal, wir möchten 0,15 hochgehen. Dann wird das ganze Bild von der Belichtung her auch etwas heller. Die dritte Variante, die wir nehmen können, ist ein kompletter Video Background. Und dafür müssen wir auch die Background-Funktionalität von ICLight verwenden. Das heißt, wir lassen mal diese Video Load Node hier. Ich wechsle aber mal auf diesen Tunnel. Und das hier bleibt. Wir skalieren. Wir croppen. Und wir nehmen aber nicht mehr die Light Source Mask hier. Und auch nicht das Remap. Und das brauchen wir eigentlich auch gerade alles nicht. So. Sondern wir nehmen jetzt eine weitere VAE-Encode dazu. Na, wieso verbindest du dich nicht? So. Und hängen jetzt unseren Hintergrund hier rein. Und das Ganze geht hier oben in den Optional Background. Jetzt müssen wir noch unser Model umstellen auf das FBC-Model. Und wir brauchen auch nicht mehr so viel Licht. Sondern wir sagen jetzt mal Neon Lighting. Also nicht so viel Licht, da habe ich mich versprochen. Ich meine natürlich nicht mehr so genaues Prompting. Neon Lighting. High Detail. Mal gucken, was da rauskommt. Mal schauen, ob ich alles verbunden habe. Wir können hier das Empty Latent jetzt verwenden, weil wir keine Lichtquelle mehr haben. Das heißt, wir müssen trotzdem aus dem Empty Latent hier rausgehen in unser Latent Batch Seed Behavior. Und von da aus hier als Lichtquellenangabe in den Sampler. Und das Ganze probieren wir jetzt mal aus. Es ist fertig. Wir schauen es uns mal an. Und auch hier sehen wir, dass die Belichtung sich dem Hintergrund anpasst. Wir haben jetzt hier nicht sehr viele Bilder genommen. Es wird, glaube ich, ein bisschen besser, wenn wir hier sagen, wir möchten einmal 64 Bilder haben und dafür jedes zweite Bild nur verwenden. Ich lasse es nochmal eben durchlaufen. Und da ist es fertig. Schauen mal. Jetzt sieht man es ein bisschen besser, dass sich die Lichtquellen, die hier in unserem Tunnel hängen, doch auf ihrem Gesicht abzeichnen. Das weiße, jetzt wieder das pinke Licht, ein bisschen grün. Das ist auch eine Variante, die ziemlich gut funktioniert. Mit animierten Hintergründen ein Hauptmotiv anzupassen. Die nächste Variante und die letzte Variante für dieses Video ist, dass wir das auch alles kombinieren können. Das heißt, ich nehme mal unser Load Image weg. Wir nehmen eine zweite Load Video Note hinzu. Und hier nehme ich mal ein Video mit dieser Frau. Ich sage auch hier, ich möchte nur 64 Bilder haben, aber jedes erste. Dann möchte ich das Ganze auf eine Höhe von 512 skalieren. Im Anschluss daran aber tatsächlich noch einmal croppen. Und zwar auf, muss ich einmal kurz überlegen. Ich verbinde auf jeden Fall schon mal mit dem Remove Background. Wir wollen das Ganze croppen. Und zwar auf eine Weite, die uns gefällt. Ich nehme mal 768, damit wir ein bisschen mehr vom Background sehen können. Und eine Höhe, die dem entspricht, was unser Input Video nach der Skalierung hat. Also Hate auslagern. Wir nehmen die Hate von hier und sagen Image Crop auf den Center. Natürlich passt das Crop jetzt hier unten nicht mehr. Deswegen müssen wir hier eine Get Image Size Note dazwischen hängen. Wir nehmen uns das gecroppte Bild von hier oben und ändern die Werte hier unten für unser Cropping. Und jetzt gucken wir mal eben, ob das alles so stimmt, was ich hier verbunden habe. Hier hätte ich hier gerne mal ein Preview Image. Und auch hier hätte ich gerne ein Preview Image. Schauen wir mal eben schnell rein, ob das auch alles so stimmt. Wir haben jetzt hier eine Bildgröße von 768 x 512. Und hier eine Bildgröße von 768 x 512. Das sieht gut aus. Da können wir mal so mit reingehen. Aber hier nehme ich einmal die Disco Lights, weil das eigentlich ganz gut, also einen ganz guten Demo-Effekt erzeugt. Und drücke mal Start. Und da haben wir unser Ergebnis bekommen. Und hier kann man sehr schön sehen, dass es ziemlich gut funktioniert, wenn wir ein Video Foreground mit einem Video Background unterschiedlicher Art vermischen und sich die Belichtung des Foregrounds richtig schön an den Hintergrund anpasst. Ja, das war die vierte Variante. Im Prinzip kann man sagen, wenn ihr einmal dieses Basic Setup hier oben gebaut habt, dann müsst ihr nur noch darauf achten, das richtige Model zu verwenden und hier und da mal den Background an- oder auszuknipsen. Die Lichtquelle entweder hier von Empty nach einer Maske umhängen, wie eben gemacht. Ansonsten müsst ihr hier oben nicht mehr viel dran rumschrauben. Und welche Input-Varianten ihr hier unten wählt, dann und je nachdem, was ihr vorhabt, was euer Anwendungszweck ist. Ja, vier verschiedene Varianten habe ich euch gezeigt. Vielleicht gibt es noch mehr. Alles, was mit hell und dunkel zu tun hat, kann man im Prinzip mal ausprobieren, um es zu vermischen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt viel Spaß beim Rumspielen und Rum-Experimentieren damit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut und Tschüss!